Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Legend of Zelda. Breath of the Wild im neuen Modus und zwar aus Kairiko, denn ich habe Kilten hier getroffen, gestern. Guten Abend und willkommen im Monsterladen. Die Vorbereitungen für meinen Laden sind abgeschlossen, es kann losgehen. Aber nein, eine Sache, du kaufst zuerst mal mit dem Monsterladen ein, oder? Neugunden sollte man zuerst die Monster-Materialien mit Money umtauschen. Money ist eine Werbung, die ich selbst erfunden habe. Sie ist nur mein Laden gültig. Du brichst mit Monster-Materialien und ich tausche sie gegen Money. Money, wiederum kannst du bei mir von Monster-Access Wars ausgeben, die ich während meiner Forschung entwerfe. Moment mal, ein Hinweis noch von mir. Während du für ein Abenteuer gehst, arbeite ich weiter an Monster-Access Wars. Also komm mal wieder vorbei. Ich tausche mit einem Monster-Materialien gegen Money. Mache ich gerne. Also jetzt insgesamt 345 Monies. Man kann eigentlich alles, was man stammt, tauschen. Und machen wir einfach am besten mal. Da habe ich wieder Platz in meinem Inventar. Aber dann, warte mal, ich brauche nur noch Monster-Materialien. Wegen meinen Dingsbombs. Das war's erstmal. Ich habe einen neuen Monster-Access Wars entwickelt und zwar die Exalfas-Maske. Diese Monster können in einen ganz schönen Peace hacken. Man, doch, man denken noch, oh, sie sind im Wasser und die können ja nichts tun. Und schau mal an sie am Hals. Manche von ihnen passen sich auch ihre Umgebung an. Wie imponiert diese Verschlagenheit, muss ich zugeben. Allerdings sind sie doch in der Plage für Reisende. Arbeite mit dieser Maske, wenn du sie trägst. Ignorieren sie dich weitergehend. Im Moment hast du 511 Mord. Die Welt-Armungslags-Curvivals würde ich kaufen. Die Bauchblende-Masken möchte ich mir kaufen. Eigentlich wäre es gehe alle Masken glatt, weil die alle cool sind. Aber ich würde sie wahrscheinlich nicht benutzen. Wäre da egal. Jo. So. In der letzten Folge sind wir ja bei des Game in Satori-Berg fertig geworden. Na los. Unser letzter Krog, der sich hier versteckt wollte man noch nicht oder konnte hat man noch nicht gezeigt werden. Hier ist es arschgald. Momentan ist hier nichts groß los. Also es gibt auch Tage, da ist hier oben wirklich Party angesagt. Ich habe auch Offscreen gekocht. Das kann ich euch gleich mal zeigen. Aber erst mal in Ruhe habe ich. Das kann ich euch sagen. Das wird schön. Antikes Zäumseid, mysteriöse Zäumseid, dass die vergessene Antike Technologie ausgestattet ist. Wenn ein Pferd sie es trägt, wird seine Fähigkeit verbessert und es kann öfter galoppieren. Jo. Das brauche ich wirklich sehr dringend. Und damit haben wir den Satori-Berg abgeschlossen. Boah. Ja, ich muss ganz überlegen. Ah, nee. Okay. Dann genau. Da wollen wir jetzt hin. Als nächstes kommt das Haiergebiet mit Haierbrücke. Wir könnten zwar theoretisch auch hier hingehen, allerdings möchte ich noch nicht möchte erst mal hier hingehen. Aber bevor wir das tun, möchte ich wiederum hier die Crocs einsäulen. Denn wie gesagt, ich habe Offscreen ordentlich gekocht. Mal wieder. Und deswegen können wir hier zum Stall hingehen, da kann ich immer das Monster-Material Saugzeugteil Dings hin ausrüsten. Und ja. So. Oh. Und jetzt sieht man verdammt gut das Wandgemälde da oben. Ja, das wird noch später ganz wichtig werden. Denn dieses Wandgemälde beinhaltet hat Sache einen Schrein wie der aus dem Stall, der uns schon gesagt hat. Oder der da oben war. Der jetzt woanders ist. Einen Fett abholen. Und zwar mal Silber mein Gutes. Und es hat fast dieselben Werte wie Schimmel. Ich glaube das Temperament war anders. Oder diese Einstellung. Er hat auch Temperament ruhig. Ich glaube Silber hat was anderes gehabt. Ich bin mir auch nicht mehr großartig sicher. Ach die große Fee kommt zu mir. Und Entschuldigung ich war in Gedanken. Du hast bestimmt von der großen Fee gehört. Es gibt viele Märchen von ihren. Die große Fee ist wirklich und da bin ich mir ganz sicher deshalb bin ich nur hier auf die Reise gegangen um sie zu suchen. Wenn man nachher das von der Spitze des Turmes aus der hintere der Wanderbrücke aufgetaucht ist zu Boden sieht dann weiß der Schatten des Turmes direkt den Weg zur Quelle. Ich habe mir das so gehört und bin zwischen dem Stall gereist aber auf dem Turm der Hügel schaffe ich nie mehr Leben aber bin nicht so viel Rubine für die große Fee bereit auszugeben aber hast sie aus als er klack für dich auf den Turm klettern kannst du dir großes Fähn ich vielleicht mir eine Rubine darbringen kann ich ein paar interessante Orte empfehlen ja ich kann dir mein Bild zeigen hm das ist hier das ist der antike Stein zahl überquert man der wanderbrücke dort drüben findet man im süden eine große Klippe darauf ist eine Ruine der schreien der rechts auf dem Bild zu sehen ist kommt mir aber kann vor ja das ist der da oben und zwar redet er von diesem Gebiet ich will mein Zaumzeug eigentlich ändern da oben kann ich nichts ändern denn die frau ist nicht da aber ich soll uns beeilen denn es regnet sich gerade das aber verpufft ist gerade weiß ich nicht bei uns hat es vor uns auch geschneit also sollt ja am dienstag und die ganze woche lang schneien das ist echt heftig das soll einfach schneien soll obwohl ist ja toll aber ich muss ganz was sagen hat schon aufgehört und ja ich werde die medizin wahrscheinlich komplett verbrauchen dafür aber es ist mir relativ egal dafür habe ich sie gemacht was und dann ist hier nicht mal was 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 das ist echt blöde ich habe dann brecht das auch hier ab so auch wenn ich Katze jetzt bisschen ja ich sag mal Katter sind ist mir relativ egal ich werde es so karten wie ich Lust habe also habe ich immer die Schrein Animationen wenn ich mich vielleicht teleportierte gehabt aber muss ich eigentlich immer erinnern ist ja auch Zeit die verloren geht und ich möchte selber bitte abholen danke dann kann ich hier eine Quest abschließen ja ruhenreist da willkommen in unserem stall will ich ganz wie zuhause nennen du hast ja echtes Prax-Exemplar wenn du willst kann ich die Ausrüstung beides verändern mich erinnert aber nur fertig mit viel liebe gezählen worden trifft das in diesem Fall zu Oh was intelligente Augen das Tier liebt dich es lässt sich sicher gerne die neue Ausrüstung anlegen was möchtest du ändern das Hügel wechsel die Getaum soll sein und gefällt es dir ja möchtest noch etwas ändern nö lass dir den vorzüglich wenn du Ausrüstung wechseln möchtest komm dann zu uns jo gerne irgendwie gab es noch eine Frau die was irgend will den Kopf benutzen nein danke ja ja das bohren die ja lost ran a distance sei dank endlich du bist hier es hat dann so gestimmt dass ich diesen helden unter den zweigen dieses baums treffen könnte ich bin der held wusste ich doch dein schwert ist der beweis genug ich bin so froh dich endlich zu treffen er ist nur eine kleinigkeit aber wenn ihm der Sternspieler einer Stern der von Himmel gefallen ist er ist ein sehr seltenes stück erzielt sehr hoher preis aber kann als Koch verwendet werden ein trauriger erfüllung endlich ich habe die persönliche getroffen aber wie ich es gar nicht so aufregend wie ich es mir ausgemacht hatte tut mir leid mach's gut wow da steht ein 100 Jahre alter held vor ihr und naja dann würde ich sagen machen wir mal einen kurzen halt bei terry nee ich wollte äh das gibt's nicht äh ich hätte gerne was terry hast du was nein natürlich nicht was geflogen und ihr seht mein gutes Pferd hat jetzt etwas mehr Ausdauer maximal kann man 6 oder 5 haben maximal 6 eben in world schon what in world eben schon die ganzen sache hast ja warum ich jetzt nach vom Highlands hier in die Richtung gehe zum Wald Verona weil ich die ganze eigentlich auch nicht so recht weil ja es gibt schon viel Rockstar aber ja einfach um ein bisschen zu erkunden noch wenn ich jetzt direkt die Onis machen würde dann wiederum das Gewicht da unten machen dann die Gerudus ja ja der titan von Gerudus und die Onis ziemlich zeitnah so 20 folgende Differenz oder halt eben Abstand möchte ich schon nehmen ungefähr damit es eben ein gutes Mischmasch Ding wird zwischen der Kunden und Story enthält wir aber nicht nochmal naja egal wir können mal Link jetzt einmal normal sehen wir suchen hier jetzt keine Crocs wir haben ja schon alle Crocs in diesem Gebiet wo wir können aber die querfett einreiten das ist absolut gar kein Problem denn so bin ich vielleicht technisch schneller als wenn ich jetzt komplett im normalen Weg schnurstracks verfolgen würde auch wenn ich so nicht lenken ein bisschen das Pferd lenkt er selber automatisch wägen was ganz cool ist es können übrigens alle Pferde nicht nur Epona es kommen nicht alle Pferde des ganzen Spiels auch die ganz ganz schwachen aber es war klar es anfängt zu anzurechnen auf die wunderschöne heilabbrücke muss ich hoch mh ich bin sogar auf der anderen Seite hoch hier hier gibt's ja angeblich so komischen bug aber ich hab nie was an b gesehen ich glaube ich werde jetzt mal voll das bild hab ich eigentlich 22 ah nee so es hat endlich aufgehört zu regnen und ja jetzt kann ich meine ja klärterei fort setzen ist wahrscheinlich so kompliziert aber natürlich dank diesen scheiß regen hat es ja muss ich anders anzünden als geplant denn diese fackeln müssen halt einfach bloß leuchten und brennen und die heilabbrücke vertreibt komplett die heilabbrücke hat 1 2 3 4 5 6 7 8 crocs nur die heilabbrücke das ist ein krok ähm ein pferd brauche ich noch kann man gleich wieder absteigen und wieder den nächsten krok holen im first try jetzt sind es eben doch noch sechs krok wüsten das seien krok die krok maske können sich aber auch lohnen ich ich meine teleport melding da hinsetzen somit kann ich mich wieder hoch teleportieren auch auch wenn er bei Corona jetzt weg ist ist es nicht so schlimm er ist ja direkt neben dem Turm es war einfach auf der Chemnigkeit sich absolut geist zu teleportieren brauche und mir den Weg einfach spare aber nicht so schlimm oh Link was machst denn du Link was was sind das was warte das für eine scheiß Aktion gerade eben oh Hauptsache oh ne anderer Drache es gibt ja drei Drachen im Spiel wie ihr sicherlich wisst na endlich äh absolut wudel ja du gehörst wirklich in die Hölle ja schön dann gequetscht das blöd kling so oh mein Bogen ist gerutscht oh du bist oh so dann soll es hier nur ein random crop geben nö irgendwie geht es auch noch ah hm ok so der Krok war tatsache woanders der war ja wo hat er ne gute Frage aber erstmal will ich den Krok hier oben holen ok ja die heidelbrücke ist voll von Krok wie ihr seht das ist echt total so wir brauchen nicht unbedingt habe ich schon gehabt ähm aber hier jetzt ein sehr assi Krok der müsste hier unten sein genau bei der heidelbrücke wirklich runter gehen äh das war doch hier oder oder war es doch hinten das weiß ich jetzt gar nicht jedenfalls gab es hier richtig blöde Kroks oh ich bin mir aber echt nicht mehr wo ich bin mir sicher wo die waren oh es gibt hier nämlich ein Krok der meines Wissens nach im gesamten spiel nur ein einziges mal vorkommt wo ist hier der Krok mit da ist verstehe ich nicht oder ist das hier so ein Dings hier oh nein ja da war den zu dem die ganze zeit ich wusste nicht dass er hier ist aber das ist ein Krok der es noch einmal im gesamten spiel gibt wenn es war klar ich muss irgendeine für eine Route Leute für eine Route eine High-End Route jetzt bin ich gar nicht ganz genau sicher wo der Krok jetzt auf der Karte sitzt wenn ich mich so anschaue ist er eigentlich direkt hier das der Krok was war das habt ihr das gesehen habt ihr es gerade eben gesehen ich würde interessieren was das war nichts halbes und nichts ganzes ne mal ernst was ein geräusch das und was zu tun ja ja ich will ganz ehrlich nicht doch ich habe ihn ja dann liebe freunde war es mit dieser folge auch wenn es gefallen lasst da gerne da oben da ein abo und ein kommentar und dann sehen wir uns schon in der nächsten folge bis dahin so und und Untertitelung des ZDF, 2020